Hallo ihr Lieben, ich habe gerade ein wunderglaubliches, tiefgründiges, mich total berührendes und super schönes Interview mit der lieben Chandrika führen dürfen für den Starseed Kongress. Also ich kann euch echt nur einladen und auffordern, seid dabei. Es war unglaublich beyond und wenn ihr fühlt, dass es genau richtig für euch ist, dann seid ihr sowieso dabei.